Es ist nur der Sprungräsezeit in Gateworks 2 mit dabei. Meinen einer der Matze, der gerade hier abgefuckert wird. Dann der Lennart und der suizidgefälligte Sascha. Hallo, der sich gerade selbst wie irgendwie das Leben streitig machen will. Geht doch. Ja. Wir sind hier, wie man sieht, mal wieder im Diasa Plateau. Hier unten bei der Wegmarge Rotraupenmühle. Einfach hier rumlaufen und das Sprunggräse befindet sich hier auf diesem Berg. Heißt Purpur Plateau. Und mit dem fangen wir hier einfach mal an. Ich folge euch auf dem Fuß so, wenn ich da hoch komme. Einfach hoch springen. So einfach? Ja. Ihr mit eurem Frostbögen. Aber gucken wir uns mal nicht zu weit rein, wir müssen nämlich irgendwo die eine... ...kämisch sind wir uns hier hoch springen, war das, oder? Irgendwie so komisch hier. Ups! Ja. Sieht gut aus. Wenn du denn mal... Oh nein! Na doch! Ne, noch gerettet. Hörge ab! Ja. Gerade so. Aber immer die... ...diese scheiß Felsfedermäuse hier. Ja so. Eins der wenigen... Eins der wenigen... ...mal mal noch einfache Sprungrätsel, was wir noch gefunden haben. Davon gibt's ja nicht mehr gar so viele. Sooo... Oder mal Mauer... ...und es ist nicht zu... ...schwierige zu machen. Hey, ich schieb schwierige Sprungrätsel gerne vor mich her, weil ich mich für die nochmal extra motivieren müsste. Sooo... Sind wir hier an der Seite vorbei, oder? Ne, ich klapp hier durch müssen wir. Irgendwie. Man sieht hier so'n typisches Such-den-, ein typisches Such-den-Weg-Sprung-Rätsel und du wirst Erfolg haben. Äh, nein? Oder? Wir müssen hier hinten durch das tolle Loch in der Mauer, was man nicht sieht, weil da Gestrüpp vorhängt. Und? Äh, Sascha? Ja. Bist du? Ach da. Genau. In dem Loch in der Mauer. Durch das ich grad irgendwie nicht durchgepasst hab. Hm. Ich muss mal ein bisschen abnehmen. Ich warte auf dich. Sollte mein Dieb etwa zu fett geworden sein? Wer weiß! Ist da was? Achso, ne Federmaus wieder. Ich hab'n Rezept gefunden. Ein Rezept? Mhm. Ur-Welt-Portal-Irgwas. What? Äh, wo wart ihr schon wieder drin? Da geht's nicht weiter. Ich hab' mir das jüpft dem einfach hinterher. Hehehe. Ich muss grad selber nochmal gucken. Äh... Hier hoch, genau. Hier hoch, genau. Immer geradeaus. Immer diesen komischen Amadellus hinterher, hier. Ja, was steht der, Mann? Ja, dann kommen wir mal weg, kaum noch sagen weiter. Genau. Wenn der wenigstens irgendwas bewachen würde, hat der bewacht ja gar nichts. Jetzt komm ich hier nicht mehr hoch. Ich bin gefangen. Ne, doch nicht. So ist es noch. Äh, Lennart, wo hängst du rum? Mhm. Wo hängst denn du rum gerade? Achso, ich lauf rum, aber meine Fähigkeiten funktionieren nicht. Keine Ahnung. Verpackt aus. Du stehst ja bei mir gerade nur auf der Stelle. Naja, ich lauf aber rum. Aber meine Fähigkeiten... Ach, der kommt doch doch. Die ganze Zeit. Alter, der leckt hier durch die Kante. Hier durch die Kump... Alter. Was geht denn hier ab? Äh, ja, springt erstmal schön im Kreis, genau. Oh, braucht jemand Zwiebeln? Ich hab kein Sammelwerkzeug. Oh, dann hier ab, hier rüber, zack. Höh, tete, tete! Das war fast zu weit gesprungen. So, wir müssen mal gucken, dass ich hier richtig springe. Einmal hier hin... Ich hüpfe einfach so wie du. Aaaaaah. Ja, glitschen. Ja, der glitscht hier durch die Gegend. Und was sehen wir da? Eine gewaltige Truhe. Ist er nicht gewaltig? Oh! Hinter dem Crawl. Ach, hinter dem kleinen Wetti. Da brennt ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Tur-Pur Plateau abgeschlossen. Wahnsinn. ja steht bei mir auch komischerweise ein sprung rätsel von atemberaubender länge ja ist überlänge ne ist überlänge auf jeden ja wie gesagt ein typisches kämpfen bisschen wenn du lust hast also ansonsten renn durch und such einfach den weg sprung rätsel ja das war's dann auch schon wieder mal wieder ein sprung rätsel erfolgreich abgeschlossen genau dann bedanken wir uns recht herzlich für euer zuschauen und wir hören uns in einem der nächsten videos wieder haut rein leute ciao ciao bis dann